Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen beim allerersten Aktienquickie von Modern Value Investing. Mein Name ist Philipp und ich möchte, dass du dir eine Auszeit für die nächsten 5 Minuten gönnst. Wir werden uns heute ein spannendes Unternehmen anschauen. Doch bevor es losgeht, möchte ich dich bitten, abonniere bitte unseren Kanal, aktiviere die Glocke und gib uns auch ein Like für den Google Algorithmus. Und über welches Unternehmen werden wir heute sprechen, welches Unternehmen schauen wir uns heute an? Wir sprechen über NVIDIA und deswegen würde ich jetzt sagen, wir starten jetzt den Timer unserer 5 Minuten und ich wünsche dir viel Spaß. Als allererstes, was macht NVIDIA? Die NVIDIA Corporation ist einer der führenden größten Entwickler von Grafikprozessoren und Chipsätzen für Personal Computer, Server und Spielekonsole. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet. Jetzt müssen wir natürlich erstmal einordnen, was haben wir hier für ein Unternehmen, ein zyklisches oder ein nicht-zyklisches. Definieren kann man das ganz einfach. Ich mache das immer mit Morningstar und schaue mir hier die operative Marge an. Wir sehen ein Margentief im Jahr 2014 von 12% und im Jahr 2018 ein Margenhoch von 33%. Das bedeutet, wir haben eine Schwankung von 63% und wir könnten hier ein zyklisches Unternehmen haben oder ein Fastgrower. Und damit du dir jetzt deine eigene Meinung bilden kannst, werden wir jetzt einmal NVIDIA als zyklisches Unternehmen, aber auch als Wachstumsunternehmen bewerten. Wenn du davon ausgehst, dass NVIDIA ein zyklisches Unternehmen ist, dann ist sehr, sehr wichtig, sich die Marge anzuschauen. Und das hatten wir ja schon herausgearbeitet. Was ist jetzt noch neu? Du siehst es, der Median 22,38% und aktuell beträgt die operative Marge 33,4%. Bedeutet, angenommen, der Median ist immer die faire Bewertung von 100%, dann haben wir hier ein Rückschlagspotenzial von fast 50% sollten wir nochmal operative Tiefs erleben bei der Marge. Das Hoch 45% entfernt historisch gesehen, aber du siehst es jetzt, wir sind aktuell mit der operativen Marge sogar über dem historischen Hoch. Und das bedeutet, man hat die Marge nochmal ausweiten können, aber das bedeutet nicht, dass wir hier vielleicht ein nicht-zyklisches Unternehmen haben. Angenommen, der Kurs von 188 Euro entspricht der aktuellen Bewertung von 149%, dann könnte ein möglicher Einstiegskurs bei 100% sein und das bedeutet 126 Euro. Wenn du glaubst, es geht nochmal richtig runter bis auf das Tief von 12%, dann könnte ein fairer Einstiegskurs oder ein sehr, sehr günstiger Einstiegskurs bei 68 Euro liegen. Jetzt schauen wir uns Nvidia aus Sicht eines Fast Growers an und hier siehst du der Trend, er zeigt eindeutig nach unten, das bedeutet, das Unternehmen wird immer teurer an der Börse. Beim Umsatzwachstum, hier geht es steil bergauf und das ist schon eine enorme Entwicklung, die Nvidia hier hinlegt. Die Margenentwicklung ist nicht wirklich vorhanden, also es geht mal rauf und runter, aber tendenziell hält sich die Marge seit 5 Jahren. Bei der Rule of 40, hier sehen wir, es geht wirklich nach oben und auch diese Entwicklung ist unglaublich. 2017 60%, 2021 schon 80% bei der Rule of 40 und was ist die Rule of 40? Das ist die Gewinnmarge plus das Umsatzwachstum und das sollte mehr als 40% betragen. Das Pack, hier sehen wir auch, es kommt runter, ein niedriges Pack ist immer hervorragend. So, Fazit ist hier, 60% von diesen 5 Daumen stehen auf Buy. Einer sagt Hold, sprich 20% und 20% sagt Sell. Bei einer guten Einschätzung darf natürlich auch die Meinung zum Chart nicht fehlen. Marcel, bitte. Die Aktie von Nvidia befindet sich in einem langfristigen, intakten Aufwärtstrend und kennt also nur eine Richtung. Immer wenn es doch mal einen Rücksetzer gibt, wird der Kurs doch häufig genutzt, um einzusteigen und dann geht es wieder rauf. Vielen Dank Marcel und jetzt müssen wir natürlich uns mal anschauen, wie schaut es eigentlich mit der Zukunft aus, denn an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Und ich mache es mir hier tatsächlich sehr einfach, ich schaue mir die Analystenschätzungen der nächsten Jahre an, aber ich gehe auch davon aus, dass genau das jetzt schon eingepreist ist. Der Umsatz soll um 9% zulegen, das EBIT um 9,9, der Gewinn je Aktie um 7,87% und die Dividende um knapp 20% im Schnitt pro Jahr. Wichtig ist jetzt, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt einsteigen wollen würde, davon ausgehen, dass sie hier die Schätzungen deutlich übertreffen werden, damit natürlich ein höherer Aktienkurs als der aktuelle rechtfertigt ist. Wie macht man das? Und da muss man tatsächlich sagen, man muss sich noch viel mehr mit dem Unternehmen beschäftigen, viel tiefer eintauchen, dass man überzeugt ist, dass diese Fantasie, die Nvidia seinen Aktionären und dem Kapitalmarkt gibt, zum Beispiel über Präsentation, auch hier wirklich eine deutlich oder eine bessere Bewertung rechtfertigt. Kommen wir zum Fazit. Wer davon ausgeht, dass Nvidia ein zyklisches Unternehmen ist, der könnte eine erste Position bei einem Aktienkurs von ca. 126 Euro aufbauen. Schnäppchenjäger legen sich bei ca. 68 Euro auf die Lauer. Wer davon ausgeht, dass Nvidia ein nicht-zyklisches Unternehmen ist, welches in Zukunft in der Lage sein wird, die Erwartungen des Kapitalmarktes sowie der Analysten zu schlagen, der könnte eine erste Position aufbauen. Des Weiteren sollte man die Investor Relations beobachten und sich Kapitalmarktpräsentationen anhören. Einen Aktiensparplan könnte man durchaus einrichten. So, das war unser erster Aktienquickie. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir sind innerhalb der 5 Minuten geblieben. Vergiss bitte nicht, abonniere gerne diesen Kanal, aktiviere die Glocke, gib uns ein Like für den Algorithmus, schreib uns gerne in die Kommentare, welches Unternehmen hättest du gerne nächste Woche im Aktienquickie. Und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.